Willkommen am Brandenburger Strand hier zum Muldian Windself Cup. Es ist Tag 4 und ja, flautend Tag, nachdem sich die Fahrer gestern ordentlich geschunden haben beim Slalom, konnten sie heute ein bisschen regenerieren. Der Wind war wieder mal nicht da, aber das ist eben auch dann trotzdem bei Sonnenschein alles zu genießen hier. Also beste Stimmung auf jeden Fall bei Fahrer und auch bei den ganzen Leuten hier auf der Fläche und auf morgen, da können wir uns auf jeden Fall mal richtig freuen, denn dann ist Sylt vielleicht weg nach diesem Tag. Es kommt so viel Wind, dass wir richtig Alarm hier auf dem Wasser haben werden, also ordentlich Welle und wir werden Stardom und auch Wave gesehen, Wave Alarm rausgegeben und das wird richtig schön.